Auch immer ihr seid. Vielen Dank auch schon mal vorab an unser kleines Ensemble hier, die uns den Abend über begleiten werden. Und natürlich... Ja, türkische Hotel heißt das heute. Das heißt, wir werden euch die türkische Hotel verhöhnen und wir können die türkischen Hotels mit Ihnen zusammen, mit Ihnen selbst, vielleicht sogar mit Ihren Eltern oder mit Ihren älteren Kollegen, das, was Sie hier sehen, aufgebaut. Wir haben in diesen 40 Jahren im Jahr im Durchschnitt 4 bis 6 Millionen deutsche Touristen gehabt. Als ich angefangen habe, so das Jahr 78, hatten wir circa 40.000 Deutsche aus Deutschland. Das Ganze ist so richtig losgegangen ab 1980, als hier der Flughafen ausgebaut worden ist, als die ersten Charterflüge 1983 dann nach Antalya eingesetzt worden sind. Damals flog als erster der Kondo Düsseldorf, München, Antalya, wo 130 Leute kamen aus der Maschine raus. Das war eine extrem große Zahl für die damalige Zeit. Und ich habe damals schon die meisten Gäste am Flughafen abgeholt, aber heute hat sich das Bild total gewandelt. Und jetzt die Türkei hin, Türkei her, wissen Krise, wissen Politik, all die Probleme wissen wir. Aber die Tatsache ist, dass wir, wo wir jetzt diesen schönen Abend haben und die paar sehr schönen Tage verbringen werden, knapp 2000 Hotels haben. Mein Name ist Lars Hoffig, ich bin der Geschäftsführer, der CEO von LMX Touristik GmbH. Wir sind Reiseveranstalter aus Deutschland. Wir sind schon seit 15 Jahren am Markt und für uns ist die Türkei seit Jahren die Nummer 1 in unserem Portfolio. Wir haben es geschafft, im letzten Jahr das erste Mal über 100.000 Gäste in die Türkei zu bringen und planen für dieses Jahr 150.000 Gäste. Und ich kann nur sagen, dass gerade in dieser Zeit, wo die Türkei sich wieder erholt, wo es wieder bessere Aussichten gibt, wo wir sehen, dass die Dinge sich verbessern, wir sehr, sehr froh sind, mit so vielen Reisebüros hier in der Türkei zu sein, um das schöne Urlaubsland der Türkei wieder in die Herzen der Reisebüros zurückzubringen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Mitarbeitern der türkischen Tourismusindustrie, und dass sie jeden Tag so hart daran arbeiten, um unsere Gäste glücklich zu machen. Vielen herzlichen Dank. Çok teşekkürler. Vielen herzlichen Dank. 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 Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen 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 Dank.